Ich bin die Sonja Dreyer. Ich bin Beamtin im gehobenen Verwaltungsdienst und arbeite in der Stadtverwaltung in Freiburg. Da bin ich beim Haupt- und Personalamt. Klassische Personalangelegenheit ist zum Beispiel, wir machen Arbeitsverträge, auch der Bereich Elternzeit, Mutterschutz, Beratungstätigkeit, auch Kündigungen und Abmahnungen, gehört genauso auch zum Aufgabengebiet dazu. Ja, ist eigentlich sehr vielfältig und da hat auch noch klar auch Interessant. Ja, also bei mir ist es einfach so, Vereinbarkeit Beruf und Familie ist für mich einfach momentan das Wichtige. Ich habe zwei Kinder, die sind beide noch in der Schule und dann ist es einfach gar nicht anders möglich, dass ich mehr arbeite und ich will das auch gar nicht. Ich habe eine halbe Stelle mit 50 Prozent, habe das auf zweieinhalb Tage in der Woche verteilt und ja, die Stadt Freiburg macht ja auch ganz viel in dem Bereich Vereinbarkeit Beruf und Familie. Ja, ich würde sogar sagen, dass ich das Glück habe, in einem tollen Team zu arbeiten mit, finde ich, sehr sympathischen Kolleginnen und Kollegen und es ist auch nicht nur so, dass man so einfach den Berufsalltag miteinander meistert, sondern einmal, ein oder zweimal im Jahr treffen wir uns noch privat oder eben das mal zusammen und dann habe ich so erwähnt, da gibt es ja diesen Nordic Walking Gipfel in Breitenau, diesen Wettkampf, da könnten wir doch mitmachen. Und ruckzuck hatten wir uns angemeldet, alle hatten so ein T-Shirt geholt, war natürlich nicht das beste Wetter, aber wir hatten halt viel Spaß und zwar auch ganz klar, alle Mädels, die da mitlaufen, wir starten gemeinsam, wir kommen miteinander ins Ziel und das haben wir erreicht und das war eine sehr schöne Team-Erfahrung, ja.